Ein sehr guter Trainer und ein wichtiger Förderer für mich. Ein Top-Trainer. Grosse Erfahrung. Ein guter Trainer. Lieber Herr Hitzfeld, zum Abschied, was gibt es zu sagen? Erstmal vielen herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Ich glaube, wir haben über viele Jahre toll miteinander zusammengearbeitet. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die tolle Zeit und wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Geniessen Sie es und ich hoffe, dass man sie trotzdem auf dem Fussballplatz ab und zu wieder sehen wird. Hallo Herr Hitzfeld, Sie haben mir sehr viel geholfen. Ich habe sehr viel bei Ihnen gelernt und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und bleiben Sie gesund. Lieber Trainer, für die Zeit außerhalb des Fussballs wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke für die Zeit als Trainer der Schweizer Nazi. Komm schon. Volkswagen Das Auto WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR